Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja immer noch hier beim Aufträgen von Original Jones unterwegs. Aber erstmal gehen wir da kurz zu dieser Karo-Karte, die gleich in der Nähe ist. Haben wir die auch mal. Und dann fehlt uns glaube ich nur eine. Zumindest im Hauptspiel. Dann können wir vielleicht wieder mal zu Misty gehen. Sie hat da bestimmt irgendwas zu sagen. Der Herrscher. Der Herrscher steht für patriarchalische Kontrolle und geniesst seine Autorität und Macht, mit denen er die Zukunft beeinflussen kann. Der Herrscher stellt die Regeln auf und setzt sie durch. Alles für das Gemeinwohl. Doch dieses Prestige hat auch dunkle Seiten. Der Herrscher ist bestimmt und ruchlos und würde über einen Berg von Leichen steigen, um seine Ziele zu erreichen. Okay, halt noch zwei Stück für uns. Sorry, noch drei Stück und dann nur noch die Phantom Liberty. Liberty Dinge. Ich zeige mal kurz. Hier eins da draussen. Eins da mitten in der Stadt. Und das andere wissen wir gar nicht. Okay. Interesting. Aber jetzt erstmal zum nächsten Auftrag, der wahrscheinlich auch von Regina Jones ist. Schätze ich mal. Ich weiss, wir können eigentlich schon wieder leveln. Und das, hier ist der Kompeki-Blade, da waren wir auch schon drin. Ganz am Anfang mit Jackie Note. Bis zum nächsten Mal. Shit, das ist falsch. Okay, von hier kommt man gar nicht dahin. Hm, das ist richtig. Hm, was sind die Polizei gefallen? Oh, das ist richtig. Baby? Watch it! So. So sorry. Zeig mal her. Leptomania. Aufzeichnung eines Maelstrom-Initiat... Initiationsritus-Klauen. Daniel Street. Ich habe Paparazzi-Arbeit für dich. Du sollst mir die Aufnahme einer Maelstrom-Initiations-Zeremonie besorgen, um in die Gang reinzukommen. Muss man sich eine OP am Sehnerv unterziehen. Ist so eine Art Aufnahmeritual. Ich beteil dich für eine Filmaufnahme dieses Rituals. Bestens suchst du in der Haven Med Clinic. Dort kommen ein neun Rekruten das erste Mal unter das Messer. Die OP-Säle sind alle mit Kameras ausgestattet. Bring mir eine Datei, eine ganze Platte oder verschafft die Zugang zum Server. Wie du es anstellst, ist mir egal. Ich will nur diese Aufnahme. Hört sich eigentlich einfach an. Aber ich würde sagen, wir schleichen uns da lieber rein. Und infiltrieren das Ganze dann von außen. Äh, von innen. Leise und still, wie eigentlich immer. Hm, okay, da kommt man nicht rein. Öffnen kommen, aber reinkommen ist schwierig. Da könnte man rein. Ich versuche die einfach mal auszuschalten. Also nicht zu töten, sondern... Nicht tödlich auszuschalten. Ich hoffe, dass sie dann ein bisschen glücklicher ist. Cyberware-Anwendungen und Nebenwirkungen. Ach du Scheiße. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich absolent geworden ist. Ribber Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen. Vom grossen Zeh bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre beim Traumateam gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unseren Körpern zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im grossen Teil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstossungen. Bei diesen wenigen Unglücken können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. 1. Immunreaktion Der Körper stösst das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie möglichen Störungen der Tech-Schaltkreise führt. 2. Psychologische Nebenwirkungen Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzination sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen wie z.B. Wetten. 3. Implantat über Abhängigkeit Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchten, ihre Kyroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. 3. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? 4. Uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Schosse von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren? 5. Oder unsere gesamten Ersparnisse lieber im Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese, was wäre, wenn Argumente unserer, besten Interessen entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Sprechen kann ich heute einfach absolut nicht. das nächste Kommer aus. Ich habe eine Kommer aus. Das wird nicht einfach nur ein. Ich bekomme diese Essigen. Ich habe eine Kommer aus. Ich habe eine Kommer aus. Ich mache ihn einfach nur eine Kommer aus. Hier ist ein, dass ich eine Kommer ausiheben kann. Jetzt sind die zwei und da ist einer. Draussen ist einer. Das sind ziemlich viele. Die Kameras für die Operationsserie sind aber hier nicht drin. Die muss ich wahrscheinlich irgendwie anders darauf zugreifen können. Wir sprechen über Royce, den wir am Anfang gekillt haben. Ich glaube wir müssen ja nach unten. Claudia auch noch mit der Operation. Wohl? Das soll hier oben sein. Hm. Komm mit. Nein, die Tür ist zu. Hört ihr die mal nicht. Vielleicht ist Regina dann glücklich hier. Okay, die soll jetzt nicht sein, die Kamera. Okay, wir sind in einem der Operationsräte, ne sind wir nicht. Operationsprotokoll schieß rein Watson. Für die kamen zwei Typen rein, schieß rein Watson. All das offene Fleisch von ihrer Cyberware zu trennen war, als würde ich meine Kabelschublade aufräumen. Schuss von dem Kopf, diverse Unterleibungsverletzungen. Starke Blutung. Patient ist auf dem Tisch verstorben. Todeszeitpunkt 20.95 Uhr. Schuss von dem Kopf und Brust. Katalepsie konnte durch die ungewöhnlichen Überlebensumstände von DV nach Genehmigung durch M den Eingriff durchführen. Sein Körper hat das Implantat nach einer Reihe von Strahlung und Therapie mit Immunsuppressiva angenommen. Aber er hat das Bewusstsein nicht wieder erlangt. Nach drei Tagen Beobachtung habe ich das Implantat abgebrochen und die lebenserhaltlichen Massnahmen abgeschaltet. Todeszeitpunkt 13.27 Uhr. Letzte drei Monate sechs OPs zu sehen. Sehnervspaltung. Zwei mit Komplikationen. Vier ohne. Fall 1 Nervensystem. Lähmung aufgrund von Reizüberlastung. Erbrechen. Schwindelgefühl. Epileptische Anfälle. Fall 2. Klagt über hyperräumliche Seelen. Orientierungslosigkeit. P führte zu irreversibel Beschädigung des Nervengewebes und Blindheit. Keine Beschwerden von Maestroms Seite. Stell dir mal die Daten ab. Dann komme er aus der Klinik. Daten angekommen, also raus mit dir. Hm. Ich will hier schon raus. Mal schauen. Mal schauen. Noch ne Kamera. Ja. Ja. Der Tod ist der verdammte Kräger. Der Tod ist der verdammte Kräger. Sit. Ich mein klar, andere Sites würde da sein. Entschuldigung, du kannst ihn raus. Oh shit. Und dass ihr euch gegenseitig abschießt, das war nicht der Plan. Naja, gut. Dann wird sie halt keine Freude haben, mir egal. Ich dachte mir schon, vielleicht hört er das, wenn ich die Tür gewahrsam aufmache, aber dann war es schon zu spät. Andererseits müssen wir auch sehen, wir haben jetzt die Klinik hier langgelegt. Alter. Von daher ist das ja eigentlich besser sogar, wenn man es so sehen möchte. Aber Regina wird das wohl nicht so sehen? Aber da kann ich jetzt nichts machen. Zu spät ist zu spät. Okay, geht's raus. Hier ist der Haupteingang. Klinik an der Fischkonzerne Fabrik Mietvertrag 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 Schade, es wäre eigentlich fast leise gegangen, aber ich habe es mal wieder einfach verkackt. Anhaltend. Schade, schade, schade! Schade, schade! Wow, ich habe genau das genommen, was hier nichts hat. Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Okay, da hat's jetzt diesem Geist, ist ja. Auch schön. Eins ist immer egal. Das wird schlecht rausgehen. Wenn die Leiste rausgegangen wären, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Das schätze ich jetzt mal, so wie wir nicht verfolgt wurden. Also, in Anführungszeichen verfolgt. Ich meine, einfach in die Luft jagen und das war's. Aber leider war das nicht der Auftrag. Der nächste wäre dann hier drüben. Oder da unten. Wir gehen jetzt vorerst mal da hin. Also, das Auto fährt sich ja beschissen. Das sieht ja spannender aus da oben. Aber wir sind jetzt erst mal hier unten. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das erst in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence und mehr Menschen, und mehr Menschen zu unter der Pohrung als sonst woanders. Das war's. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 2077. Samurai. We have a city to burn.